Vielen Dank für alles. Frau K. Halbfinger wollte ja eigentlich schon mal von der Schule gehen. Und damals haben wir ihr zusammen einen Termogutschein geschenkt. Das gehört natürlich auch noch dazu. Und das lassen wir jetzt noch mal. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch allen. Euch alles Gute. Und nehmt ein kleines Präsent von der SAU mit und vom Förderverein. Bitte räumen Sie.